Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute ist wieder Jogging angesagt, aber diesmal notgedrungen. Und was das bedeutet, erzähle ich euch direkt nach dem Intro. Heute Morgen muss ich nämlich mein Auto holen. Ich war gestern Abend aus gewesen und bin vernünftigerweise mit dem Bus nach Wiesbaden reingefahren, habe aber mein Auto ca. fünf Kilometer von mir zu Hause an der Bushaltestelle stehen gelassen und irgendwie muss das Ding ja wieder zurück. Deswegen laufe ich heute Morgen hin, knappe fünf Kilometer und dann fahre ich nach Hause. Aber ich muss mal sagen, morgens ist laufen ganz schön doof für mich. Gerade nach so einem versoffenen Tag. Scheiße. Jetzt gerade ein bisschen hart, aber macht nichts, wenn ich den ganzen Mist mal rausschwitze. Muss sein. Gucken wie weit ich komme. Hoffentlich muss ich den Rest gehen. Drei Kilometer habe ich schon und ich muss sagen, man merkt, dass ich schon einigermaßen fit bin. Ganz locker laufe ich das runter. Am Anfang hatte ich ein bisschen schwere Beine, aber alles gut. Alles kein Problem. Wenn man sich ein bisschen eingelaufen hat, dann merkt man schon, dass man was getan hat. Und das ist genau das Ziel dieser ganzen Scheiße, die ich hier mache. Immer wieder Sport machen, damit so Kleinigkeiten einen nicht kaputt machen. Und das ist heute eine mini kleine Einheit. Ich werde eine dreiviertel Stunde maximal brauchen. Ach Quatsch, eine halbe, eine halbe Stunde und dann bin ich beim Auto und dann fahre ich wieder nach Hause und kann zum Frühstück übergehen. Also da draußen runter von der Couch anfangen mit Sport. Irgendwas tun. Irgendwas. Kontinuierlich. Alle zwei Tage. Kleinigkeiten. Ein paar Liegestütze. Abends bevor ihr ins Bett geht. Sit up oder was auch immer. Gleich bin ich beim Auto. So. Jetzt bin ich gleich an meinem Auto angekommen. Ich stehe schon da drüben. Ich muss nur sicher die Straße durchführen. Vielleicht hat man es gemerkt. Ich habe meinen Schlüssel schon längst in der Hand. Die ganze Zeit. Und jetzt muss ich zu meinem Auto rein und nach Hause fahren. So. Geschafft. 5 Kilometer. Relativ locker. Schweiß kommt trotzdem aus jeder Pore. Aber so soll es ja auch sein. Einfach ist sowas mies. Aber nicht schwierig, wenn man einen gewissen Fitnessstand hat und den kann ich für mich beanspruchen. Ja. Ein neuer Sportblock wird garantiert kommen. Obwohl ich nach dem ersten Sportblock gesagt habe, so oft kann das nicht sein. Aber mittlerweile habe ich Blut geleckt. Cheerio mit Sophie.